Heute bei Hour of Power erleben Sie den großartigen Sänger Daniel McGrew sowie ein Interview mit dem Psychologen Dr. Ken Druck. Genießen Sie die großartige Musik von Stephanie Phillips. Lassen Sie sich von der Botschaft von Bobby Schuller mit dem Titel Sie sind niemals alleine für Ihren Alltag ermutigen. Diese Predigt wurde bei seinem Besuch in den Niederlanden aufgezeichnet und wird Ihnen Kraft für Ihren Alltag geben. Hour of Power, die beste Stunde im Fernsehen. Hour of Power, die beste Stunde im Fernsehen. Hour of Power